Was geht ab Leute, heute ist soweit, Lukas und ich bin wieder TowerDefels, das heißt, wir müssen heute wieder probieren, die Zombies zu überleben, die in unsere Basis eindringen wollen. Lasst mir jedenfalls gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von mehr sehen wollt und dreht noch einmal ganz kurz euer Handy und drückt auf die Glocke und schickt noch einmal ganz kurz mein Merch aus, den ich gerade nicht anhabe, deswegen schickt ihn gerne aus und jetzt viel Spaß mit der Folge. So Leute, wir sind jetzt auf der Web und ich würde sagen, es geht los, Brox, ist das geil? Yeah, guck dir das mal an, wir müssen unsere Burg hier verteidigen, Alter, so eine riesen Burg. Ey, das sieht voll krass aus, ey, aber warte mal, können wir, wenn wir hier was hinsetzen, der kann ja die ganze Zeit die Zombies abknallen, oder? Theoretisch schon, ne? Das ist ja echt schon heftig. Wow, das ist heftig. Das heißt, guck mal, ich hau jetzt, glaube ich, hier, oh, warte, ich muss, oh, ich kann hier was auf. Ich fang mal an mit nach Farm, ich fang mal an mit nach Farm. Ich kann hier meinen Typen hinbauen, meinen Granatwerfertypen, das heißt, der wird das gleich die Zombies abschießen. Ja, haha. Obendrauf. Boom. Let's go. Ey, der wird hier voll, voll weg hauen. Und bam. Krass, und ciao. So, ich hau auch noch mal ganz kurz meine Farm hier hin, das heißt, die ist direkt daneben. Der Typ macht anscheinend schon mal, oh ja, perfekt. Oh, der macht richtig Schaden. Er macht richtig was am Schaden. Oh, guck mal hier, zack. Ich hab direkt zwei Farmen hingebaut. Ja, sehr gut. Ich glaub, das reicht, oder? Ja, das sollte reichen. Guck mal hier, die haut auch schon wieder weg, Alter. Holy moly. Ich überleg grad, willst du noch einen machen, der auch schießt? Dann mach ich die Farm noch. Das Ding ist, du brauchst halt viel Geld, Leute. Das ist halt die Taktik hier in dem Spiel. Deswegen dann upgrade ich nochmal die Farm. Dann hau ich hier vorne. Oh, warte, ich kann Sniper, ich kann Sniper setzen. Oh ja, hau mal einen Sniper rein hier. Warte, komm, ich setze ihn hier oben drauf. Zack. Ich hab jetzt auch noch, bub. Mein heftigen Granatwerfertyp ist auch noch hier hinten jetzt. Oh, jetzt ist schon wieder weg. Oh, okay, das ist krass. Und deine Farm sieht schon besser aus, ne? Ja, ja, ja. Ich hab die zwei mal geupgradet und die eine noch gar nicht besser. Und dein Sniper, guck mal, dein Sniper ist richtig gut. Der ist direkt am Anfang am Start. Die haben gar keine Chance gerade. Die haben echt null Chance. Jetzt muss ich nochmal ein Auto kommen hier. Beziehungsweise ich spare noch erstmal bis aufs Auto. Hast du schon gesetzt? Nee. Nee, nee. So, jetzt heißt hier, zack, ich fahre auch nochmal Karottenfarm. So, ich upgrade nochmal. Zack, Level 3 schon einfach, Leute. Oh, das ist halt echt herzlich. Guck mal, jetzt kann ich hier auch noch gleich Quick Reloading machen. Dass das Ding nochmal schneller schießt. Zack, schieß nochmal schneller hier, Kollege. Oh, hier kommen richtig schnelle Zombies. Oh, aber kein Problem. Kein Problem, Flieger nach Pfeffer. Ich mach den hier oben drauf. Mach den sonst hier daneben noch, neben meinen Typen. Ich hab's schon hier oben gesetzt jetzt, guck mal. So. Ey, okay, nice, nice, nice. Let's go. Ich hau jetzt gleich mal das erste Auto rein. Das heißt hier, zack, upgraden wir gleich mal unser Auto. Die Zombies bringen einen Boss. Oh, der erste Boss, guck mal. Der erste Boss ist schon da. Normaler Boss, wieder 160. Normaler Boss. Aber, oh, da kommt das Auto. Da kommt das Auto und fährt die Autos natürlich weg. Let's go. So, kein Problem jetzt hier. Die Granatwerfer-Typen sind echt gut, ne? So, hier, komm. Nächste Welle starten, ich hab direkt ja geklickt. Jo, ich mach auch direkt hier. Wobei, der Boss, ah, guck mal hier hinten. Ah, der Boss, kein Problem. Das sollte easy sein. Das sollte echt kein Problem sein. Hier, zack, guck mal, wie die auf den schießen, Alter. Ich setz mal einen Militanten. Hau mal rein, da. Schön mittig. Oh, yeah. Upgrade den direkt. Oh, yeah, das ist echt gut. Das sieht echt mir irgendwie aus. Ohne den wäre der Boss sogar vielleicht durchgekommen. Äh, ja, au, das kommt auch noch hier. Guck mal, nächste Welle wieder. Guck mal, ich mach so. Upgrade nochmal ganz kurz meinen Typen. Das heißt, er kann das auch mal schnell nachladen. Sehr gut. Ey, guck dir das mal einfach an. Hidden Zombies. Okay, Hidden Zombies, komm. Okay, der muss dann Sniper, glaube ich, abschießen, ne? So, okay. Ja, upgraden, hab ich. Okay, ich upgrade auch nochmal hier. Komm, zweiter Granatwerfer-Typ. So. Zack, schießt die alle ab jetzt hier. Go, 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 go. Oh, ja. Ey, dein Militant ist richtig, richtig wertvoll gerade, ne? Der haut gerade übelst rein. Ja, den Sniper müssen Gas geben. Mach schnell eine neue Welle, damit wir schon mehr Geld haben. Ja, der schießt keinen Granatwerfer-Typ auf die, ne? Das macht nur dein Typ. Oder, warte, vielleicht musst du die noch upgraden, damit die überhaupt auf die schießen. Ja, das könnte, aber ich kann danach nur noch eine größere Kanone machen. Das heißt, danach ist ein bigger Cannon. Guck mal, der hat von hier hinten mit seinem Granatwerfer ganz vorne hingeschossen. Yo. Alter, das ist so krass. Das ist halt echt mega heftig, ne? Guck mal, jetzt hier auf die Bosse, jetzt hier nochmal das Auto, komm. Und Auto. Jawohl. Nächste Welle schon wieder. So, ey, guck, das war einfach an. Digga, wie schnell die jetzt hinschießen? Oh, schon wieder mystery-Zombies kommen. Mysteriös. Okay, ich hab kein Geld, ich kann nix spawnen. Ja, ich kann das aber. Theoretisch kann man hier, wo ich jetzt bin, kann man noch Sachen hinspawnen. Also, äh. Das ist ein Gunner. Ein Gunner-Auto. Ey, ich hab ja doch den Helikopter. Ja. Okay, den hol ich jetzt auch gleich. Den hol ich jetzt auch gleich. Okay. Sehr gut. So, ich hab nochmal ein weiteres Auto hin. Zack, weiteres Auto ist gespawnt. Also, wir haben jetzt gleich schon mal ein richtig heftiges Auto. Bereit für ein Heli? Ja, ja. Hau den Heli rein. Abfahrt. Yeah. Oh, let's go. Der Heli ist am Start. Wir haben einfach Autos und nen Heli und ich hab den sogar einmal geupcredited jetzt schon. Ey, das ist halt mega heftig. Guck mal, jetzt hier, wir müssen auch diese normalen Bosse wiederholen. So, ich würde sagen, ich investiere auch nochmal hier in eine Farm, glaube ich. Mach auch nochmal. Zweite Farm. Zweiten Militant hier hin, ne? Hör auf entspannen. So. Oh, yeah. Ja, wie das hier richtig abgeht, ne? Noch sieht sehr gut aus. Das Ding ist, wenn gleich die ersten großen Bossmonster kommen, da müssen wir halt für vorbereitet sein, ne? Da müssen wir echt vorbereitet sein. Ich glaube, ich könnte auch gleich mal den Granatwerfertyp mal upgraden, dass die so große Kanonen und sowas haben. Ja, check das mal. Aber jetzt kommen die gerade echt schwer durch, ne? Auch die normalen Bosse und so. Und weil die auch alle so aufeinander laufen. Hier, zack, alter. Okay, bis jetzt sind wir echt gut vorbereitet. Ja. Ich upgrade die Farm noch ein bisschen. Sehr gut, mach das. Lohnt sich der Heli? Soll ich noch ein Heli holen? Ah, gute Frage. Warte, bevor du gleich nächste Welle machst. Ja, noch nicht, noch nicht. Ich abgäse ganz kurz so. Und was soll, wenn wir den noch holen? Okay, jetzt können wir nächste Welle machen. Okay. Oh, let's go. So, weil jetzt kriegen wir nämlich nochmal mehr Geld. Weil jetzt haben wir ja... Jetzt kriegen wir richtig... Jetzt kriegen wir richtig... Boah! Okay, jetzt kriegen wir ordentlich Geld. Oh je, Alter. So, ich werde jetzt gleich mal den Granatwerfertypen upgraden. Ne, mach mal. 1000 brauche ich noch. Boah, es kommen richtig viele Zombies. Dann haben wir die Farm auf dem höchsten Level und bekommen Übertrieb. Ohohoho, guck mal, hier sind auch die Hidden Dinger. Werden alle umgefahren. Und Autos, bup. Ah, der Boss ist halt im Weg, ne? Aber? Aber ich glaube, es ist ein schlaues Auto zu upgraden. Weil um... Jetzt, ich glaube... Warte noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich habe auch nicht, ich habe auch nicht. Und jetzt können wir. Soll ich Welle drücken? Äh, warte, warte, warte. Hast du alle geupgradet? Alle Farm Dinger geupgradet? Ich investiere noch einmal. Ja, okay, jetzt kam die nächste Welle. Oh, jetzt kam die nächste Welle. Okay, sehr gut. So, jetzt kriegen wir... Oh! Jetzt kann ich hier... Ich habe eine Farm auf Endlevel. Der, guck mal, das ist das, was der für eine Kanone hat. Was der eine für eine Kanone hat hier. Yo! Was ist das? Oh mein Gott. Yo! Okay. Guck mal, wie schnell der nachlädt. Die laden halt über. Oh mein Gott. Alter, der wird ja richtig die Bosse weghauen, Alter. Das ist wirklich krass. Digger. Okay, wir können... Nächste Welle. Ja, ja, wir können nächste Welle. Komm, starten jetzt hier. Zack. So, ey, Digger, wie die jetzt geschreddet werden. Holy moly. Oh mein Gott. Okay, ich upgrade nochmal die andere Farm. Zack. So, das heißt, hier kann ich sogar... Den kann ich auf... Guck mal, jetzt haben beide dicke Kanonen. Hier bin nämlich so ein langsamen Boss. Da kommt ein Riesenboss. Ja. Da kommt ein Riesenboss, der ist schnell. Auf wen? Oh Gott, oh ja, der ist auch hidden. Der ist auch hidden. Oh, den muss man jetzt... Oh, den muss man holen. Den muss man holen. Den muss man holen, Alter. Der hat aber noch echt viel Leben. Wobei, kann alle gehen auf den? Alle gehen auf den? Ja, wir schaffen den, oder? 200. Ich hoffe es, ich hoffe es. Eine neue Welle, den kannst du mir nochmal hinten inspauen. Ich hau nochmal ganz kurz hier den Typen hin. So, kann er den sehen? Auto, kriegst du den geholt? Oh, der hat 30 Leben, 20 Leben. Oh mein Gott. Komm, schieß. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Okay, alles entspannt. Alles entspannt. Aber dann kommen die nächsten da recht. Ja, ja, ich mach hier ein bisschen weiter wieder. Der ist ein langsamer Boss. Quick Reloading. Oh, der ist ein langsamer Boss. Der macht mir ein bisschen Angst. Ja, okay, wir machen nächste Welle. Weil dann kann ich jetzt gleich schon... Mir fehlen noch 1000, dann kann ich so richtig dicke Kanone hinhauen. Ja, ja. Eine übel dicke Kanone. Oh ja, oh ja, kann ich jetzt hinbauen. Oh ja. Okay, und... Ey, nein, hast du gerade da hier hingehauen. Nein, oh sorry. So, jetzt kann ich die hier hinhauen. Dann daneben, ja. Zack, noch ein Radar. Okay. Du musst die, äh... Das MG musst du upgraden, ganz wichtig. Ey, da kommen gerade so viele Zombies. Oh mein Gott. Alter, Schwede, Mann. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Äh, der Typ hier, der kann leider noch eine große Kanone vertragen. Das MG wird gleich... Okay, das MG wird stärker gemacht. So, da gehen jetzt gegen die großen Bosse gegen. Alter, guck mal, wie heftig das... Yo, wie schnell die Bosse kaputt gehen. Oh mein Gott. Aber auch der Heli. Null. Oh, die war dann richtig rein. Guck dir das, Mann. Alter, Schwede, das ist heftig, Mann. Okay, das ist echt krass. Das ist echt krass. Die nächste Welle. Ja, ja, wir haben schon wieder 2000... Wobei, oh, guck mal, die ganzen Bosse da hinten. Ja. Ich kann doch nicht so schlau, dass wir direkt die nächste gemacht haben. Stimmt. Pass auf, dann machen wir das so, jetzt pass auf, Lukas. Jetzt kann ich hier einfach, pass auf, warte. Und zack, die nächste Kanone. Let's go. Ja. Ja, jetzt werden wir auf jeden Fall richtig heftig durchgehen. Militant. Die nächste Stufe kostet 8500. Yo. Yo, was hier für... Oh, was kommt denn für Bosse? Was kommt denn für Zombies durchgelaufen? Da kommt der Schnelle. Da kommt der Schnelle. Nein, 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 nein. Ich sag's, wie es ist. Ich sag's, wie es ist. Wir müssen jetzt alles setzen, was geht. Nicht der Schnelle. Nicht die neue... Nicht die nächste. Nicht, nein, nicht, nicht, nicht. Okay, wir machen jetzt... Oh Gott. Er geht durch, er wird durchkommen, er wird durchkommen. Zwei Autos, Liga. Nein, 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 nein. Er wird durchkommen. Nein. Nein, Leon. Nein, bitte nicht. Oh mein Gott, nein. Was machen wir jetzt? Nein. Nein, er hat noch 800 Leben. Nein. 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 Nein, er hat 600. Nein. Ey, Manu. Ey, wie kann man den denn überleben? Es kann doch nicht sein. Das soll es auf jeden Fall von der Tower Defense Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch gerne ein Like und ein Abo da. Und checkt euch auf jeden Fall einzunehmen bei Videos hier aus. Einmal draufklicken und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.